Hi Leute herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory mit dem Marco und Tino und Tino das bin ich ich irgendein anderer so da können wir mal eine große Giselle raus passt vielleicht noch ein bock schon mehr rein und wir können noch mehr Aluminium schmerzern Meuten Aluminium ich lass das mal ab ne what the fuck warum ist das jetzt schon wieder nicht voll gib mir mal bitte kurz ein wrench was wieso ist jetzt hier was hier drin und manu ach komm hier ist eine eine ist nicht so schlimm so ok wollten Aluminium haben wir jetzt 33 da können wir schon was rauslassen ich muss das jetzt mal hier in die kiste schaffen und ich muss mal hier das feld wieder ernten das nützt ja alles nichts mehr brauchen was zu essen das müssen wir natürlich auch noch automatisieren ohne frage werden wir auch machen aber aktuell müssen wir erst mal und sind das gerödel jetzt kümmern hier muss schon wieder chilis essen wenn wir hier ganzen mund beim pop es hat schon gebrannt Marco und das war nicht von dir das war von den Chilis Tino du bist eklisch Alter können wir es nicht so machen dass du auch Facecam machst und ich implementiere das dann hier die Aufnahme mit rein dass man immer so wenn ich was sag vorbei die Reaktion sieht das wäre doch mal nice das wäre doch mal nice würde mich echt mal interessiert wie du manchmal vor deinem Rechner hängst so vor allen Dingen in deiner Hochkonzentrationsphase wenn du irgendwas baust was machst du hier eigentlich ist doch fertig so jetzt gießen wir ja erstmal Aluminium was das Zeug hält was können wir noch so silber kann man auch noch raus lassen und dann müssten wir uns mal ein casing machen dass man irgendwie hier in ganzen anderen Chash Mist da hier noch drin ist dass man das dann quasi hier mal aufteilen können auf die Smelteries die ganzen Ingets so warte mal was haben wir jetzt noch drin Silber 11 Stück kann man auch noch raus lassen so aber Alu kommt schon wieder gleich Nachschub haben wir hier drei Stacks durchgerödelt von dem Proto nichts hier raus wo kommt nichts raus na hier ich weiß jetzt gerade nicht wie du das meinst na aus dem Pulverrazern kommt kein Gravel raus ach hier aus dem hintersten okay ja aus allen ach so dann naja äh du hast ja auch falsch eingestellt in der Konfiguration dann stellen wir richtig ein warte mal wenn ich das teil so angucke das ist jetzt oben jetzt geht's raus oder täusche ich mich ging auf jeden Fall weit raus aber aber ja da hat's bei anderen hoch ja ja bisschen langsam sind die Teile ja bisschen ist Julia diese Item duckt shit keiner gesehen Aluminium Ok Warte mal Gute Frage gerade Aber ja Funktioniert es? Gute Frage Geht es raus oder geht es nicht raus? Na jetzt steht er wieder Also jetzt füllt er sich gerade wieder auf Okay Da füllt auch nix Da füllt auch nix In die Autonomous Activator Sondern da hat das oben in der Leitung drin Siehst du Wenn du hinten auf die Leitung drüber fährst Was in der Leitung gestaut ist Ah Hahaha Was denn? Vielleicht jetzt den Fehler hiervon Wollen wir mal Warum hast du lieber dran gemacht? Jetzt Was hast du jetzt gemacht? Ich habe vergessen die Dinger hier Ähm Die Activator einzustellen Zwecks Input Ach die standen auf orange Oranges Output Ja So simpel ne? Und meine Kommentare wurden bestimmt wieder zugespampt Und jetzt kommt so Äh ja gut Habts ja doch noch hingekriegt Okay Ja manchmal ist das simpelste Dann doch das Naja So einen können wir noch Na komm Ich müsste jetzt erstmal Busch und Werkzeug bauen Oder ich müsste mal so lange Achso ne haben wir ja auch wieder alles nicht Ach das ist doch zum Heulen Ich werde mir dann mal ein bisschen was aus Diamanten bauen Weil Haben wir ja genügend So Haben wir uns mal eine komplette Ausrüstung aus Dias Und vor allen Dingen können wir uns dann auch mal eine Rüstung machen Was ich persönlich für wichtig finde Eine Rüstung Eine Rüstung ja Ich weiß nicht wie oft ich hier schon gestorben bin Ja boah Durch dich Was denn Mach mir eine Dias Rüstung Fertig Dias haben wir denn überhaupt Nicht so viele finden Diamanten Rüstung Also jetzt mach mal ernst Ne drei Haben wir hier Wo sind die Dias Ich mach keine Dias Rüstung Wo sind die Dias Irgendwo eine Kiste Hier sind gerade mal drei Stück Du hast da hinten Ach da hinten Hier sind 16 Stück drin Ja Nein aber man kann sich ja wenigstens mal Werkzeug machen oder dann Auch nicht Gut Mach dir doch Dings hier Über Tinkers Konstrukt Kommt billiger als wenn du jetzt so richtig Diamant Werkzeug machst Ich hab ein Magic Char Für was kann ich den benutzen Keine Ahnung Oder mach ich mir Emerald Mach ich mir Emerald Sachen Wow und Spaß Aber schon Dias Schwert kann ich mir zumindest machen oder das wird ja nicht verboten sein Bei 16 Dias Weil mein Schwert ist eh gleich Asche Mach doch Könntest du mal ein Tinkers Konstrukt machen Ey zwei Diamanten Digga Jetzt sei nicht so Aus dem läuft so automatisch schon die Produktion so Und jetzt gibt es erstmal hier schöne Tomate Tomate für die Pizza Und Möhre 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 für die Pizza ist nicht so gut Aber Tomate So Jetzt haben wir den heute Ist schon wieder Mittwoch Bergfest meine lieben Freunde Mensch die Hälfte der Woche Haben wir schon wieder geschafft Na Gott sei Dank Wieso sammle ich nix auf Oh mein fucking Inventar ist voll Blubblubblubblub so genau heute ist schon wieder bergfest Mensch hast du nur redstone habe ich in die wo die ganzen anderen schönen sachen drin sind so ok was sind das ja eigentlich schon ach so ok kloppen ja lecker melone so was haben wir jetzt hier tomato sieht es kommt jetzt noch mal eine richtige ladung tomaten hier weißt du eigentlich dass man diesem sprinkler auch viertel leiser reinschmeißen kann ich stelle vor ich habe viertel leiser nicht müssen oder bauen wir okay nichts gesagt hey wo ist da los wo ist jetzt meine wo sind meine sitzen nämlich abrollen was da los stehe ich jetzt nicht wo sie jetzt meine sitzen okay dann das sehen wir halt erst mal das zeug sie an irgendwie voll wenig sitz rausbekommen hier für alles ich sens das nee den brauchen wir ich habe eine gurke ist eine kugamba ist das eine gurke Was ist denn das? Ah oder ist das ein Eigentlich sieht es aus wie ein Dildo Hey warte mal Bück dich mal Bück dich Bück dich Bück dich Wo bist du? Bück dich Mit dem Arsch an der Wand bin ich Komm her Ah jetzt machst du Jetzt kriegst du schön die Gorge in den Arsch Was ist eine Kakamba Ist das oder ist das so eine Ach wie heißt denn das hier War jetzt Zucchini oder so Ja Zucchini genau Wollte ich gerade sagen Ist das eine Zucchini ja Irgend so was ne So ok 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 Nice 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 Kann man alles essen Hau mal alles rein Alles nicht so schlimm So zack Hier hab ich schon Melone Kommt immer gut So ok Was machen wir jetzt noch Wir haben jetzt ja erstmal drei Von den guten Sachen Das ist alles automatisiert Hier Wir müssen jetzt als nächstes Oh wir haben schon wieder ein Emerald Nice Irgendwie mal die Smelteries noch anzapfen Und zopft dies Dass die auch Lava haben Oh da hinten ist schon wieder gefährlich Gefährlich Ja Oder was sagst du Was ist dein Plan Mein Plan ist gerade Die Mobfalle zu automatisieren Achso Die Sperre bauen Und die Mobfalle Ok Geht natürlich auch Das würde ich jetzt Hier Du kannst ja mal Fließbänder bauen Also Convaliables So wie die heißen Bestimmte Farbe Rot Rot ist halt eins Nee pink Warte mal Pink war das Nein So eine weiße So eine von Open Blocks Oder wie sie könnte das war Von Open Blocks Hab ich hier aber nichts Oder von irgendeinen Mod war der erwiesen Muss mal gucken Naja die Frage Muss mal gucken Welche sind die jetzt Also ich hab jetzt diese Convire Belt Von Mine Factory Reloaded Nicht die 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 andere Ich hab eine andere Und zwar die Convire Belt Extra Utilities Extra Utilities Ja Ist das die So ein großer Block Genau die Mit Schienen drauf Ja Gut Bauen wir die Kein Problem Ist da keine Probleme Für deinen Bolinische Hilfsarbeiter So Blups Brauchen wir noch ein bisschen Iron Sonst geht das nicht zusammen So ist ganz What the fuck Iron Oh es geht auch schon wieder Zur Neige Das geht wirklich Rasant Rasant So warte mal Was waren das jetzt Schienen Iron Und Redstone 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 haben auch nicht mehr viel Blum 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 Wie viel brauchen wir denn davon Neun Neun Bräuchte nur Genau Falsch rum Gebaut Was ist das denn Neun Acht reichen nicht 2 8 kriege ich mit Einmal raus Na gut Aber ich kann neu bauen Das ist kein Problem So viel habe ich noch Ein Redstone Zwei Eisen Das ist jetzt nicht so dramatisch So Okay Hat er 16 stück Wo bist du denn Bei der monster volle Achso du bist den boden damit auslegen Wo bist du Hier What the fuck Okay Das sind jetzt Diese tollen Sperre Wie heißen die Iron Spike Okay Wenn du Ironspringst Kriste Schaden Kannst du mal Ironspringen Ah Drei Ironspringst Ah Deswegen Das Oh Alter Block of Iron Iron Ingrid Alter Schwede Die schlucken aber Richtig Iron Kann ich jetzt hier Einfach hier unten Die Belze reinbauen Oder was Ne du musst mal gucken Also stell dich mal so hin Und baue die mal so hin Dann siehst du schon So hier drauf Ja Guck mal Wenn du jetzt guckst Siehst du die haben einen Pfeil drauf An der Seite Ja 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 Okay Äh Warte mal Müssen wir kurz ein Loch reinreißen Nicht anders Warum Musst du von außen ran setzen Weil sonst kommst du nicht mehr durch Oder passt du durch einen Block Spalt durch Ne So das heißt denn dass ich dick bin Ja Schlank bist du nicht So du kleiner Pisser Ich wusste es Geh mal weg hier mit deinem Kacken Zombie Head Ah es geht nicht Muss von hinten ran Muss von hinten ran So okay Hammer What So haben wir auch Warte ich baue hier wieder zu Natürlich nicht mit dem Äh War doch schon kaputt Okay Zack So nice So jetzt haben wir schon mal das Also der Turtle ist schon mal weg Jetzt haben wir hier quasi Fließbänder Und Iron Spikes Und jetzt irgendwann Wenn hier jemand nach unten geklatscht kommt Wird er direkt hier aufgespiked Aber Spinnen passen doch hier durch Oder Hast du noch einen Bauer noch schnell einen Vakuumhopper Ja Sollten wir ja noch zusammen kriegen Ja auf jeden Fall Warte mal haben wir noch eine Kiste Ne Na in der Palais baby Was war es noch Nach Obstetian Obstetian Haben wir reichlich ne Nur wo Hä Haben wir welche Glaubt mal schon oder Habt ihr eigentlich auch gedacht Äh Das 1 füllt gerade mal so ein scheiß Stück Melone Wie kacke ist das denn Du musst hier eine ganze Melone fressen Dass ich mehr Hunger bringen Na gut ist auch noch Wasser drin So Was Hm Müssen wir schnell welche machen So Haben wir Achso da ist halt rausgenommen Jetzt ja Ja warte Brauchst du einen Eimer oder was Einen Eimer ja Habt ein Eimer Komm mal hier rüber heischossen Soll ich Wasser mitbringen gleich Ne ne brauchst du nicht Nur Lava Tadaa Absetian Danke Anke Brauchst du zwei oder Klips Ne Eins bloß Jupp Ich hab noch keins Was Hatte ich es nicht mitgenommen Wieso habe ich es nicht mitgenommen Es hat auch Klick gemacht So Vakuum Hopper habe ich auch Scheiße Die Spender bauen jetzt auch erstmal nicht mehr So Das bauen auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Da Da Ne Ja komm Hast du eine Kiste gemacht Ne 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 Warte mache ich es noch Okay So Komm Setz mal das Ding nach hin Und dann passt das hier Möhren endlich wieder Möhren Lieber Möhren Sind so nahhaft Gleich wieder neu entpflanzen Auf ein paar Sehr Ja 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 So Wo bist du denn Ach hier vorn Äh Oh ist aber dunkel wie ein Bärenarsch Leckt mich ja fett Sieht man die Spitzen gar nicht mehr Oh Okay Hier in die Mitte setzen einfach ja Ja So So jetzt müssen wir den Bibbus da Äh wie ging das nochmal Ne warte mal ich muss das glaube ich anders machen So eingestellt Ist ja nicht so ein komischer Bibbus Ja der war ja schon da gewesen Ist er jetzt da Ja Ich sehe keinen Hm Aber bei mir sehen er Okay Ah jetzt ist er da Siehst du Ein reconnecten Alles ist schick So Na gut Nice Haben wir das auch hinter uns Gebracht hätte ich fast gesagt Nein Äh Das ist automatisiert Also das wird jetzt schon mal in der Kiste gesammelt Das ist schön Hier müssen wir unsere Wand wieder etwas ausschmücken Ich muss mir hier mal irgendein Muster einfallen lassen So Äh Das sieht geil aus Äh gut Das haben wir auch alles hier Sehr schön Okay super Dann war es das erstmal Für diesen Part gewesen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bei Sky Factory am Freitag Kurz vor Wochenende Und ja In diesem Sinne Bewert das Video positiv Ähm Wenn es euch gefallen hat Und wir sind raus Bis dahin Ciao Tschüss